Der Tridübel von TOX ist ein Allzweckdübel, der in allen Baustoffen funktioniert. Gipskarton, Porenbeton, Lochsteine, Vollsteine und Beton. Den Gips in den Durchmessergrößen von 5 bis 14 mm. Der Tridübel ist ein reiner Durchdeckdübel. Der wird mit der Schraube durch mein anzubringendes Bauteil gesteckt. Wir empfehlen, im Lochstein ohne Schlag zu bohren, damit die Stege nicht zerstört werden. Jetzt wird der Dübel mit der Schraube in den festen Untergrund eingeschlagen. Die Schraube muss so gewählt sein, dass sie den Dübel mindestens 5 mm durchdringt. Die Schraube Die Schraube Die Schraube Die Schraube